heute möchte ich euch einmal meine modellpferde vorstellen bei mir gibt es hauptsächlich kast pferde das heißt veränderte pferde aus breyer oder schleich pferden aber es gibt auch sehr viele ganz selbst modellierte wie dieses hier was aus dem fimo zum backen ist und dieses modell habe ich in einer gips masse abgegossen wobei es ist nicht wirklich gibt sondern viel härter mehr so ähnlich wie keramik wenn das gehärtet ist und da kann ich euch jetzt gleich noch mal ein kast raus zeigen weiter wird dann das video auch noch zeigen wie man ein größeres modell fährt aus lufthärtenden modelliermassen modelliert wobei es kein tutorial ist sondern einfach nur den werdegang zeigt so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020